Das hat doch bis jetzt auch noch einmal Okay. Ach Scheiße. Ach komm! Ach so, sorry. Tut mir leid. Oh! Die ist schon noch mal drin, Alter. Ich war die Erste. Na komm. Es gibt auch mal ein Spiel, wo ich besser bin wie du. Wie fast bist du jetzt gewonnen? Ich glaube zweimal. Wenn du keine bekommen hast, dann muss ich... Dann müsstest du das nochmal machen. Drück dreimal. Ich habe die Belohnung glaube ich nicht bekommen, dieser... Dann müsstest du das nochmal machen. Ich habe die nicht bekommen, ich habe die nämlich dann jetzt gar nicht. Du hast die jetzt gar nicht? Nee, ich habe dir jetzt meine gegeben. Okay. Dann müssen wir das nochmal machen. Dann würde ich hier sitzen bleiben, weil sonst schlägst du nämlich ein. Ja, mach was du willst, ich weg dich nicht. Guck mal, vielleicht... Du hast hier wahrscheinlich auch einen Mord bekommen, ne? Ja. Also das sind fünf Leute, ich glaube es machen welche. Du bleibst nämlich nicht drüben. Diesen Ätherwurm. Über eine Stunde liegen. Ohne einzuschlafen. Ohne einzuschlafen. Ganz links in der gelben Zone. Ohne einzuschlafen. Ohne einzuschlafen. Also hier. Hier. Genau. Da sind nämlich die beiden Munitionslager. Aber dann müssten wir... Alter. Ja. Machen wir zwei gehen weg. Ich weiß wie du die Gasmaske auffüllen kannst, ne? Echt? Guck auf. Ja, indem wir eine Munitionsstation hier... Ach so, dann... Dann wo du deine Munitionslager auflädst. Damit lädst du auch deine Maske wieder auf. Ja, da sind nur noch... noch drei Leute. Ne. Da bin ich. Ja, da ist wirklich. Dann mach ich halt nochmal die Munition da... Dann müsste wir auch noch die Munition machen... Dann müsste ich auch noch die Munition machen... Nicht. Wieder für die... Brauchst du wieder für die Pfarre? Äh... Die Spreiber. LB-4 noch fertig... Ok ja. Mit Streitern oder ging es einfach? Ja, aber bleibt nicht gemacht. Ja, können wir gleich nochmal machen. Wenn ich die ganze Zeit habe. Geht's gegen woanders. Haben wir noch die Pyrrhobe lief? Ja, habe ich. Und die können ich mir auch noch herstellen. Ich kann sie herstellen und habe sie im Inventar. Also, nicht jetzt hier, sondern... Ich weiß nicht, wie man es nennt. In deinem Lager. Genau, in meinem Lager. Schön, dass es ist, wenn man nicht aufpassen muss, dass jemand eine greift. Ja, das geht dann nicht. Aber er kann nicht boxen. Scheiße. Ach, fuck. Aber ich habe noch nicht herausgefunden, wie das Boxen funktionieren soll. Ich habe das nur im Video gesehen. Ich weiß nur, wenn du... Nimm du mal an, Daniel. Oder soll ich annehmen? Ach, der ist vor mir. Ja, so ein Kack. Ey, dass... Wenn du da Beinenden näher bist, dass da irgendein Zeichen auf den Kopf kommt. Das ist so wie ein... Also, ich denke mal so ein Boxhandschuh. Wie sieht das aus? Ist auf jeden Fall rot. Du bist ein Arschloch bist du. Na, geh doch durch. Ich hab mir das schon mal schnell umgedreht. Ich wollte ja nur mitrennen bis zum Ziel. Ja, ja, ist klar. Da klappt dir einfach nix. Ich bin sogar eine Musikgelasche vor dir.